Ein Raum komplett mit Alufolie verklebt. Was lustig sein soll, ist eine absolute Verschwendung und umweltschädlich. Ein 20-jähriger TikToker aus London will seine Mutter so richtig auf den Arm nehmen. Während sie verreist ist, hat er die Idee. Mithilfe von 125 Rollen Alufolie hüllt er die gesamte Küche in Metall. Jeder einzelne Gegenstand, von der Banane auf dem Küchentisch bis zum Fußboden, wird silbrig glänzend bedeckt. Der Raum erinnert so eher an eine futuristische Raumkapsel oder ein Psycholabor als an ein gemütliches Esszimmer. Ganze 40 Stunden dauert die Aktion des Influencers. Am Ende ist selbst er ziemlich genervt, gibt aber nicht auf. Die Aufgabe ist heikel, denn Alufolie reißt schnell. Er muss also präzise und sauber arbeiten. Kosten 260 Euro. Und dann Showdown. Als seine Mutter den Raum betritt, entgleiten ihr die Gesichtszüge. Genervt packt sie alles aus, geht halb ernst sogar mit der Bratpfanne auf ihren Sohn los. Der Clip entfaltet auf TikTok mit nur knapp 40.000 Klicks, nicht die erhoffte Wirkung, die Meinungen sind geteilt. Während die einen die Aktion feiern, sind andere verstört über so viel Ressourcenverschwendung. Der Influencer verspricht zwar, die Folie zu recyceln und bei Kunstprojekten zu nutzen, wie das aber gehen soll, und klar, diesen Streich hätte er sich also wirklich sparen können. Bis zum nächsten Mal.